Hallo liebe Leute, ich bin's mal wieder, euer Robby. Ich wollte euch etwas erzählen. Ich dachte mir so, was die Kinder heutzutage in der Schule lernen, ist ja echt eine ganze Menge und ganz schön krass. Die sitzen da am Computer und machen alles Mögliche. Und dann frage ich mich doch, was habe ich denn in meinem Leben falsch gemacht? Als ich in der Schule war, da haben mir die Lehrer extrem wichtiges Gedankengut übermittelt. Und es war einfach gewesen, dass sie mir Lieder beigebracht haben, wie zum Beispiel Meine Oma fährt im Hühnerstall, Motorrad, Motorrad und so weiter. Das ist erst mal eine Nummer. Und dann kommt noch ein ganz cooler Song. Wer hat die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss geklaut? Hallo? Geht's noch oder was? Ich kann doch wohl nicht wahr sein, was sie mir beigebracht haben. Hey, was war denn da noch für ein Song? Äh, was war da noch für ein Song, Herr Mona? Der Jäger. Ach ja, genau. Der Jäger aus Kupferlz. Der Jäger aus Kupferlz. Na, das ist ja fein. Das sind so meine Sachen, die ich so als Kind gelernt habe in der Schule. Wenn ich das vergleiche mal mit heute, dann sage ich mir doch, wir waren doch echt Genies damals. Okay, das war's. Leute, ciao.